Motor. Der Alpin A110 ist mit einem Vierzylinder-Motor 1,8 Liter Turbo mit Direkteinspritzung aus der Allianz Renault-Nissan ausgestattet. Die Konstrukteure des Alpin haben eine spezifische Version entwickelt. Mit maßgeschneiderten Bauteilen, wie etwa die Lufteinlässe, den Turbo und die Motorkartografie. Der in der Mitte des Hecks platzierte Motor erzeugt 185 Kilowatt, was 252 PS und 320 Newtonmeter entspricht. Dazu kommt ein Getrag-Doppelkuplungsgetriebe mit sieben Gängen. Dank seines hervorragenden Gewicht-Leistungsverhältnisses von 4,3 Kilo pro PS beschleunigt der Alpin A110 von 0 auf 100 Stundenkilometer in nur 4,5 Sekunden. Trotz dieser außergewöhnlichen Zahlen verbraucht dieser leistungsstarke Antrieb nur 6,1 Liter auf 100 Kilometer im kombinierten Fahrzyklus und erzeugt nur 138 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer.